hey ihr lieben herzlich willkommen heute habe ich für euch die brigitte box dezember hier sollen zehn produkte mit einem wert von über 135 euro drin sein ich bin jetzt mega gespannt was das genau für produkte sind ob sich das ganze lohnt und wenn ihr es auch seid und auch eine box gewinnen wollt dann bleibt dran ich wünsche euch ganz viel spaß und los geht's ihr lieben ich verlinke euch wie immer alle details zu der brigitte box unter dem video ihr bekommt die im flexiblen abo für 34,95 euro da sind immer so rund zehn produkte drin mit einem wert von mindestens 100 euro diesen monat haben wir sogar einen wert von 135 euro und die brigitte box kommt alle zwei monate ihr könnt natürlich auch direkt ein jahresabo abschließen dann geht der preis auch runter dann zahlt ihr nur 29,95 euro und egal für welche variante ihr euch entscheidet also ob flexibles abo oder halbjahres oder jahres abo ihr könnt mit dem code franka 24 10 euro auf die erste box sparen das lohnt sich natürlich mega im flexiblen abo zahlt ihr dann unter 25 euro und diesen monat hat die box wie gesagt einen wert von 135 euro also ein richtig gutes preis leistungsverhältnis das brigitte magazin ist auch immer mit dabei also bekommt ihr auch noch eine zeitung kann man auch noch ein bisschen schön was schmökern und dann wünsche ich euch jetzt einfach ganz viel spaß mit dem unboxing ich zeige euch die komplette box und ihr könnt mir dann ja gerne mal schreiben welches produkt ihr besonders spannend gefunden habt und mit dem kommentar wandert ihr in den lust auf und könnt auch eine box gewinnen drücke ich euch die däumchen wünsche euch viel glück und dann legen wir jetzt direkt los werfen wir schon mal einen kleinen blick in den inhalt ich sehe was zum snacken ich sehe ganz viele pflegeprodukte haarpflege körperpflege fürs gesicht aber auch noch ein tee ist mit dabei also das sieht nach einer richtig schönen verwöhn box für den dezember aus und ich starte gleich mal mit einem highlight denn wir haben hier eine regenerierende nachtcreme von der marke flannerie drin und von denen hatte ich schon diverse produkte die ich richtig gut fand diese pflege ist jetzt speziell für die augen und fürs gesicht geeignet und soll die haut über nacht ganz toll regenerieren die hat einen wert von 57 euro und die bekommt jeder als absolutes highlight in der brigitte box dezember ich glaube damit können wir uns wirklich in der kalten jahreszeit richtig schön verwöhnen bin ich jetzt mega gespannt wie die konsistenz ist ich liebe ja nachtpflege sieht mir ein bisschen reichhaltiger aus das finde ich schon mal grundsätzlich ziemlich gut lässt sich gut verteilen die hatten richtig schönen angenehmen pflegegeruch hier ist ja auch noch jasmin drin und rosenquartz also ich freue mich schon dass heute abend direkt mal auszuprobieren dann haben wir auch noch einen duft mit dabei das finde ich ja richtig cool ein aroma parfum von anima aromatics wonder nennt sich der duft und hier sind 40 milliliter drin dazu schreiben sie die duftlinie anima aromatics greift den wunsch nach ganzheitlichen wohlbefinden auf und verbindet ihn mit zeitgemäßen design und französischer parfümeur kunst das eau de parfum wonder ergänzt die linie um einen rosenduft frisch wie morgentau sternenklar erstrahlt das florale herz der komposition untermalt von bittersüßen grünen noten zusammen mit den ätherischen ölen von zitrone und orange lädt diese komposition zum träumen ein das hört sich ja sehr interessant an die 40 milliliter haben wert von 9,95 euro und wir testen den direkt mal la cor sieht schon mal richtig schön aus und vor allen auch so ein bisschen nach einem abend duft also durch dieses blau verbinde ich irgendwie immer die nacht damit das riecht ja richtig gut das riecht total angenehm nach rose also man riecht auf jeden fall diese floralen noten und es kommt auch noch so eine gewisse spritzigkeit durch also das ist voll mein ding das riecht richtig angenehm und ich glaube auch dass das sehr sehr vielen gefallen wird wenn ich den blind gerochen hätte hätte ich niemals gedacht dass der nur 9,95 euro kostet finde ich richtig gut ich bin gespannt wie der sich entwickelt aber aktuell ist er einfach so richtig schön floral fruchtig genau mein vibe wow dann haben wir auch was von rhodial drin und da bin ich immer ganz besonders gespannt drauf ein champagne glow glass highlighter letztens hatte ich in der box mal so ein liquid blush von der marke der auch richtig toll war jetzt bin ich sehr gespannt wie der highlighter ausschaut von der verpackung auf jeden fall wie man das kennt luxuriös und hochwertig jetzt swatche ich das direkt für euch oh ja das ist ein toller ton ein richtig schöner champagner ton jetzt glänzt es natürlich extrem aber wir blenden das einfach mal aus das ist ein richtig toller glanz und vor allen dingen eine richtig schöne farbe das ist wirklich so ein richtig schöner champagner ton ich blende das mal noch ein bisschen mehr aus seht ihr das cool ne also man kriegt wirklich so ein richtiges leuchten ich habe noch gar kein highlighter drauf ich werde mir den direkt mal auftragen könnt ihr entweder direkt auf die haut auftragen und dann ausblenden oder ihr gebt euch das erst auf den handrücken das könnt ihr natürlich machen wie ihr wollt am besten geht das aber wirklich mit dem finger ne also ich liebe das ja deswegen werde ich das direkt hier auch noch auftragen und der lässt sich auch schön ausblenden der ist nicht so trocken ich habe das gefühl da sind auch so ein paar öle drin also man kann den auch auf puder auftragen on top hinterher und man hat so ein bisschen zeit das ganze zu verblenden und er setzt sich auch nicht so in fältchen rein sondern schimmert einfach ganz schön ohne zu metallisch zu sein finde ich richtig toll also glass highlighter ist auf jeden fall gut gewählt und sie schreiben dazu auch es ist eine magische geheimwaffe der rhodal highlighter mit soft blur microspherren und ultra glow perlen ist für jedes gesicht geeignet durch seine seidig weiche textur verschmilzt er mit deiner haut zaubert dir einen schönen glow und setzt deine gesichtspartie dezent in szene die zwei gramm haben wert von 29 euro könnt ihr natürlich auch super in die handtasche packen so für unterwegs ich liebe solche creme produkte und ich finde das sitzt auch wirklich sehr sehr schön auf der haut und das sieht viel natürlicher aus als puder highlighter weil die liegen immer auf der haut drauf und sind häufig sichtbar kommt natürlich auf das produkt drauf an aber das verschmilzt richtig damit und betont auch nicht so die fältchen also finde ich richtig cool dann mache ich mal weiter mit dem snack den ich hier oben auf liegen sehe und zwar den crunchy snacket von der marke barnhouse der knusprige hafersnack oriental style und jetzt habe ich aber gerade in dem heft gesehen da ist nämlich so eine kleine broschüre mit dabei dass man sich auf eins von vier verschiedenen food produkten freuen kann und zwar könnte da auch alternativ ein breitsamer honig drin sein von nabio ein süßer aufstrich der nach zimtschnecke schmecken soll von barnhouse ein paar crunchy snackets in unterschiedlichen sorten oder von lift deine gelassenheit so ein wasserzusatz also eins von diesen vier snacks habt ihr in der box ich habe jetzt diesen crunchy snacket mit hafer im oriental style bin ich gespannt werde ich vielleicht am ende verkosten aber hafer habe ich immer zwischen den zähnen deswegen mache ich erstmal mit den beauty produkten weiter grundsätzlich freue ich mich aber immer sehr über snacks als nächstes habe ich hier ein riesengroßes produkt und zwar von physio gel 400 milliliter handwasch lotion und zwar mit zwei prozent lipid gehalt für normale bis trockene haut und das ist eben eine sanfte handwasch lotion mit milden wasch substanzen für die schonende reinigung der hände gerade im winter sind meine hände zum beispiel total angegriffen von der heizungsluft und dann finde ich das richtig gut auch mal so was mildes zu verwenden damit die nicht noch weiter irritiert werden denn hier sind keine duft und farbstoffe drin und es ist so eine ganz milde zusammensetzung die auch für babys und kinder geeignet ist also kann die ganze familie verwenden und ich finde es immer cool wenn auch was nützliches in der box ist die hat jetzt einen wert von 19,20 Euro und die bekommt auch jeder dann haben wir aber auch eine schöne tuchmaske mit dabei und zwar von schebens eine retinol tuchmaske die soll die faltentiefe bis zu 56% reduzieren glättet die haut und aktiviert die zellerneuerung mit retinol elektrolyten und jojoba öl extra für die anspruchsvolle haut ja also ich sag mal mit so einer tuchmaske sich schön einmümmeln auf der couch im winter kann ich sehr gut gebrauchen dazu kann ich mir gleich auch noch ein tierchen kochen ich glaube den werde ich heute abend direkt mal ausprobieren und zwar haben wir hier nämlich von kushme tea ein sleep ritual drin ein roybush verbena natural mango flavor da ist auch noch ein lemon balm extrakt drin und es soll einem irgendwie beim einschlafen helfen finde ich mega interessant werde ich mir direkt mal durchlesen was die dazu schreiben finde einen ruhigen und erholsamen schlaf mit dem bio einschlaf ritual ein fruchtiger bio kräutertee mit klinisch nachgewiesener wirkung durch die verbindung der wissenschaft mit dem reichtum der natur setzt kushme tea mit diesem gesundheitstee seine innovation fort sein versprechen tiefe entspannung und erholsamer schlaf mit zwei tassen bio roybush mit mango geschmack pro tag hier sind 18 stück drin hat einen wert von 9,90 euro da bin ich super gespannt drauf denn diese kushme teas sind wirklich sehr sehr besonders diesen sleep tea hatte ich jetzt noch nicht aber ich gucke mal gerade wie das ausschaut ob man da schon so ein bisschen was riecht so schaut das aus hier sind also so einzelne teebeutel drin ich hatte bislang nur solche packungen wo man den tee lose rausnehmen kann und das hat mir total gut gefallen weil das total intensiv aromatisch ist also wirklich ein sehr besonderer tee von kushme wow das riecht so intensiv nach mango total lecker also den werde ich mir definitiv heute abend mal schmecken lassen zusammen mit meinem mann und mal gucken ob der uns schön beruhigt vor allen dingen finde ich es auch geil dass da mal was ganz neues in den boxen drin ist also das kannte ich nicht den duft kannte ich nicht generell das waren jetzt alles neue produkte und sowas liebe ich ja und apropos duft der riecht total angenehm ist aber jetzt zugegeben nicht mehr ganz so intensiv aber man riecht nach wie vor noch die fruchtnoten und auch diese floralen noten also richtig schön dann haben wir hier noch ein deep repairing conditioner von husk mit arganöl das ist eine restrukturierende haarkur mit kostbarem arganöl dem wunder öl aus marokko verleiht trockenem strapazierten haar neue geschmeidigkeit und wunderschönen glanz ist also wirklich eine intensivpflege hat einen wert von 2,95€ und ist wirklich perfekt wenn ihr die haare intensiv aufbauen wollt für mich tatsächlich zu reichhaltig deswegen werde ich das an meine mama weitergeben ich habe das gefühl in dieser box wird man von kopf bis fuß gepflegt denn wir haben ja auch eine fußcreme drin von evasid das ist so eine professionelle fußpflegemarke und zwar eine sensitiv fußcreme ohne parfum und ohne farbstoffe also auch für die sensible haut gut geeignet ja und die füße muss man sich einfach eincremen wenn man die gepflegt haben will sonst trocknen die aus und deswegen würde ich es gerne nutzen und zu guter letzt haben wir auch noch eine kleine lidschattenpalette und zwar von alverde naturkosmetik das ist die burgundy red palette nummer 95 hat einen wert von 3,75€ und ich finde es immer schön wenn so ein paar kleine lidschattenpaletten drin sind ich zeige euch die gerade nochmal ein bisschen von nahem ich werde sie aber mal nicht swatchen denn ich habe so viele und werde euch die mit sicherheit in ein giveaway packen schöne töne sind drin zwei matte und zwei schimmernde den könnte man zum beispiel ganz gut für den innenwinkel verwenden dann hat man hier zwei matte und der ist auch noch so ein bisschen schimmrig also kann man easy look erzielen gerade bei grünen oder blauen augen stelle ich mir das sehr sehr schön vor also ihr lieben das war es schon mit meinem unboxing ich muss sagen das ist eine richtig coole box wir haben gesamtwert von 135 euro ihr könnt mit meinem code franka 24 10 euro auf die erste box sparen dann bekommt ihr sie im flexiblen abo für unter 25 euro im jahres abo für 20 euro ich finde es lohnt sich mega der duft ist wunderbar also muss ich tatsächlich sagen der riecht immer noch richtig schön ganz angenehm so nach rose ein bisschen spritzig aber richtig toll also der gefällt mir wirklich sehr sehr gut dann bin ich super gespannt heute abend auch auf diese nachtcreme die werde ich direkt ausprobieren und auch den tee werde ich sehr gerne verkosten den fand ich auch irgendwie sehr speziell handwasch lotion haben wir noch ja fußcreme augen retinol mask dann haben wir noch diesen wunderbaren highlightern und auch noch diesen snack ich glaube den verkoste ich gerade noch und dann verabschiede ich mich bei euch oh das ist aber nicht schlecht das sind so kleine haferflocken crunchies nicht schlecht muss ich sagen wow die schmecken richtig pikant würzig da können aber unterschiedliche sorten drin sein ansonsten von den beauty produkten ist alles identisch soweit ich das gesehen habe in dem heft wenn ihr lust habt euch die box zu kaufen schaut in die infobox da könnt ihr nochmal alles nachlesen nehmt auch gern am gewinnspiel teil ihr könnt ja eine box gewinnen schreibt mir einfach welches produkt ihr besonders toll gefunden habt und dann wandert ihr direkt in den lostopf ich drücke euch wie immer die däumchen und wünsche euch ganz viel glück und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen tag bedanke mich fürs zuschauen und sage tschüss bis zum nächsten mal